YouTube, herzlich willkommen. Okay, ich habe das vergessen. Excuse me, das muss ich jetzt noch machen. So. Jetzt soll es laufen. YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Folge Mist Survival. Mit meiner Willigkeit, euer Zocki. Ich hoffe, diesmal funktioniert es. Ich nutze jetzt das andere OBS. Nicht mehr dieses Streamlabs-Ding, weil dieses Streamlabs ist echt mies. Wenn sich ein bisschen was an den FPS verändert, oder ich kann es nicht richtig anstellen, aber wenn sich da ein bisschen was verändert an den FPS, wenn es mal auf 58 und nicht auf 60 ist, dann fängt das Spiel an, also das Video zum Ruckeln. Wolfgang. Wow. Der rollt noch. Warum schaut das so aus? Der ist so schnell, der ist gefangen in der Matrix jetzt. Siehst du, was ich gesagt habe? Gefangen in der Matrix. So, wir haben 17 Uhr. Ich kann ja ein bisschen... Schau mal, dass wir sich ein bisschen Fleisch mitnehmen. Und ein bisschen later. Mehr geht echt nicht? Das ist so ultra mies. Eineinhalb Stunden? Geht schon. Mach mal. Komm. Komm. Hoffentlich schaffen wir das. Wir müssen sowieso heim, oder? Ich habe lediglich... Ich... Oh. Ach Gott. Oh, shit. Bin's da? No battery. Ja, ich sehe gar nichts. Ich habe Glück, glaube ich, das Licht an am Auto. Perfekt. Wir fahren los. Ich war eigentlich ein bisschen am Loot. Man sieht es vielleicht. Ich habe da oben jetzt eine Werkbank. Die habe ich mir einfach jetzt irgendwo mitgenommen. Schade, ich habe es aufgenommen. Aber wie gesagt, ich kann die Aufnahme nicht bringen, denke ich. Muss ich mal noch anschauen. Weil es hat einfach enorm geruckelt, das Video. Und feiere ich einfach nicht so. Ich hoffe, ich komme jetzt da auch an. Denn ich weiß nicht, wo mein Zuhause ist. Ich weiß nicht, wo ich bin. Was ist hier? Da ist eine Tankstelle. Warte mal. Wenn da die Tankstelle ist, dann weiß ich vielleicht, wo ich bin. Wenn hier eine Tankstelle ist, dann muss ich hier noch ein bisschen weiter geradeaus fahren. Da kommt dann die nächste Tanke, oder? Ne, wir sind zu weit. Wir sind viel zu weit gefahren. Wir sind doch zu weit gefahren. Wir müssten hier irgendwo dann links rein. Hier. Genau. Ich sehe fast nichts, aber... Komm her. Ja, ja, genau. Da vorne ist die Kirche. Ja, siehste. Der Papa weiß, wie man heimkommt. Blind. Gar kein Problem für mich. Geh. Ich weiß ja, wo ich wohne. Jetzt tun wir nicht so. Also, wo ich mein Bier daheim habe. Ich lebe mir wieder heim. Coolis. Fast. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich die Werkbank hinstelle. Weil, wenn ich ehrlich bin, diese Base hier gefällt mir so gar nicht. Ich überlege, ob ich nicht... Ähm... Man sieht es nicht. Aber da drüben ist die Ding. Ich sage euch was. Die Werkbank klappt mir jetzt noch kurz oben. Ich werde mich kurz ausruhen. Schatze, dir geht es gut. Warum ist es hier zappenduster worden? Was geht ab? Die Nacht war noch nie so schlimm. So, vorher muss ich essen und trinken. Warte, es ist leer. Ah, da war es. Entschuldigung. So. Nein, jetzt reicht es. Irgendwann kriege ich es auch hin. Weil, mir geht es gar nicht gut. So, trink das. Ich trinke auch was. Auf dich, auf mich. Geilo, wie schaut es aus? Super. Dann, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hält noch, das Fleisch. Wir müssen uns unbedingt ein Lagerfeuer in Grille und so basteln, damit wir das Fleisch zubereiten. Und dann, ich weiß gar nicht, wie lange das Fleisch zubereiten ist. Geht. Perfect. Liegst du dich zu mir? Kuschel mir unseren Boden. Es könnte Nacht kalt werden heute, gell? Kein Problem. Kannst ruhig kommen. Wenn dir kalt ist, ich bin hier für dich. Ich liebe dich. Perfekt. Der Boden schaut aber heftig geil aus, ne? Geht's dir gut? Wie hast du geschlafen? Boah, irgendwie passt mir das Bild nicht. Das ist total komisch. So, ich tue das da mal ran. Was, das klatsche ich auch noch rein. Hier, hier. Brecheisen nehmen wir mit. Messer. Sicher, falls ich Tiere zerlege. Die Munition. Also, warte mal. Die Munition tue ich schon richtig rein. Hier, pam, zack. Schau mal kurz raus. Es ist immer noch zappenduster. Wie spät ist es denn? Halb sechs. Los. Komm, legen wir sich noch für eine Stunde hin. Eine Stunde noch. So, guten Morgen. Geht's dir gut? Ja, auch danke. Ich habe mich gefreut, dass du hier warst. So. Lass uns kurz noch was trinken. Hallo? Gut. Perfekt. So. Ich wollte ja eigentlich den Hund suchen gehen, aber keine Ahnung, wo der ist. Guck da mal die Werkbank ins Haus. Na? Das wird schwierig, glaube ich. Dieses Vieh zu heftig. Oder ich lasse die einfach draußen stehen dabei. Warum muss ich? Ich brauche hier nicht dem Haus dabei, oder? Lassen wir es dabei draußen. So, zack. Boom is mana. Ja. Munitionstechnisch habe ich einiges rausballern müssen. Hat man leider nicht gesehen. Macht aber nichts. War tatsächlich nicht so spektakulär. Ich hätte gesagt, wir ziehen los. Ich hätte echt gern den Hund. Also den Hund würde ich sauer gern holen. Aber ich habe vergessen, wo das war. Wo kriege ich den Hund her? Ich weiß das nicht mehr. Was auch, wir fahren hier jetzt nach links. Oder geradeaus weiter. Ich entscheide erst später. Gut. Gibt es hier auch noch weiter? Nein. Ich glaube, wir sind letztes Mal schon da durchgefahren, gell? Und dann war Ende. Guck auf den Wolf interessiert mich jetzt nicht. Hier muss doch noch irgendwo reingehen. Da. Hier. Hier oben vielleicht. Könnte das sein. Wir steigen aber aus. Bevor kommt es der Wolf. Gucken wir mal kurz hier hoch. Hier sind Schienen. Warte mal. Wir fahren doch mit dem Auto. Ich renne jetzt nicht so weit. Ich speichere nur kurz, falls ich hängern bleiben sollte. Wir folgen den Schienen einfach einmal. Perfekt. Perfekt, perfekt. Da wollen wir hinkommen. Wie ist es, wenn sie so richtig böse Gegner sind? Oder das war es eigentlich? Die Schienen führen sie nirgendwo hin. Beste Schienen ever. Da muss doch irgendwo ne Mine oder so sein. Irgendwas muss hier sein. Diese Schienen. Kann ja nicht sein, dass da nix ist. Das war echt nix, oder? Kommt. Da hinter den Hügel gucke ich jetzt noch nach. Ne, da ist nichts, oder? Ne, gar nix. Ich kommt. Ne, jetzt finde ich mein Auto nicht mehr. Das kann gut sein. Aber zum Glück ist es rot. So, aber jetzt bleibe ich hängen. Ich kenne doch mein Glück. Ich kenne es doch. Oder wenn wir schnell genug sind, passiert uns nix. Ja, hier ist Ende. Wird auch andere... Warte mal, wir können hier hoch. Ich habe es total vergessen. Es war ja nicht so riesig. Die Map ist ja nicht so riesig. Ich glaube, das ist jemals ein Feldweg. Da muss der rein. Ja gut, wir haben die Map auch ein bisschen verändert. Warten Sie kurz. Was sehe ich denn hier? Ein Baum. Ah. So, das ist also ein Baum. So, fahren wir mal hier entlang. Aha. Aha, aha, aha. Aha. Aha, aha. Ich habe keine Munition. Ich hoffe, das geht gut. Aber die Schotty, die geht schon richtig weit. Aber wenn da ein Sniper oben ist... Das könnte man... Was habe ich denn da? Einen Schuss hätte ich... Na, oh ja. Einen Schuss. Easy, mach mal. Zack und... Boom. So. Das war nur ein Warnschuss. Ein Basinger, das ist gar nicht eine gute Idee. Au. Ach, die machen mich fertig. Ich hoffe, das ist super. Warum rennst du da hoch? Nein, scheiße. Ich habe nicht zu viel Schuss mehr. Ich muss aufpassen. Oh Gott, das war es bei mir. Nein. Nein. Nochmal, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Easy. Das Problem ist nur... Munition knapp hat hier... ... Die Munitionsknappheit ist das Problem. So, ich gehe fest. Ich hätte gerne meinen Bogen. Weil ich kann es immer wieder aufheben, ne? Man! Brudi. Schau, wie weit die Schotte geht. Das ist einfach... Das ist ein Sniper. Das ist gar keine Schotte. Oder ich gebe mir einen Scope und ich snipe mich, der Schotte. Wusste, ich sehe den gar nicht. Oh, nicht erwischt. Mal schauen, ob ich den kriege jetzt von hier. Warte, mal kurz gucken. Guck mal. Ja. Das ist echt ein Sniper. Das ist alles ein Schotte. Nichts Schotte. Ach Gott, das ist nicht so. Das ist nur ein Popstrand. Ach, Munition. Schönes Ding. Ich schiebe da 9mm-Dinger ran. Naja, jeder Mensch hat... Der Typ schiebt sich da nicht Zigarette ran. Oh, gut. Ah, nix gut. Falsche. Oh Gott. Ah, gut. Ja, nix gut. Auch falsch. Oh, guck einmal einen an. Nehmen wir mal alles mit dir. So, da la. Man, ihr könnt jetzt echt einmal ein bisschen Munition droppen, die ich auch brauche, jetzt gerade aktuell. Ja, wir safen das Game kurz wieder. Ne, Axt, ja, brauchen wir jetzt nicht. Talia nehmen wir einmal mit. Wo war der andere? Da hinten? Den hat's weggebröselt. Der ist richtig weit weggeflogen, oder? Wo war der? Der war doch da, oder? Da vertue ich mich da gerade ein bisschen. Oder hat's den da nach hinten gekickt? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viel... Das, Gott! Wenigstens hast du ja Verpflegung da gehabt, ne? Also, nicht... Nicht blöd nun, sag, komm. Dich muss ich aber jetzt nicht tragen, oder? Du schaust richtig fit aus. So, dann war hier... Oh, ja! Batterie, ganz wichtig. Pass auf. Batterie... Äh... Pupsen? Ne, warte mal. Ähm... Hier war's. Da steht aber 100%. Zwei von zwei. Hast du schon? Ah! Ich muss die da gar nicht reinkloppen. Hä? Nix. Ich check's nicht. Ah, warte mal. Ich muss da was drücken. Ah, egal. Jetzt mal. Jetzt schauen wir mal kurz weiter an. Das interessiert mich gerade mehr. Oh, nein! Ich hab kein Schraubenzieher. Oh, nein! Aber warte mal. Ich kann durchs Fenster greifen. Immer sich das hier... Das hier... Komm, das geht, oder? Fuck, ja! Guter! Komm, das ist möglich! Ah, nee! Das sind nur... Ach, broken. Okay. Goddammit. Das ist broken. Äh, sag jetzt nichts. Die könnten wieder ruhig einen Schraubenzieher hinlegen, was? Ich glaube, ich habe noch überhaupt keinen gefunden gehabt hier. In meiner ganzen Mistkarriere habe ich da jetzt noch nichts gefunden. Ja, Aua. Nee, das ist mies. Da habe ich den Typen gefunden, den ich eigentlich gar nicht wollte. Was? Den wollte ich nicht finden und... Muss ich die Tür hier knacken? Aha, schau an! Ja, genau, genau! Ich habe noch... Ich habe das Geschütz vergessen, ähm... Wo wir... Wo wir... Ach, das Mädchen geholt haben, ne? Ey, Brody, du könntest mir ruhig da einen Schraubenzieher lassen. Das gibt es doch nicht. Oder den Code irgendwo liegen lassen. Warte mal, zu dem Fenster noch hin? Kann ich das noch nehmen? Da ist Munition. Oh Gott. Broder. Oh, wer sieht... Wer kommt da? Verstärkung. So ein Schwein, die war das, oder? Ja, YouTube, mies. Keine Ahnung jetzt. Jetzt, wir können uns halt noch umgucken. Ich werde das aber nicht so schnell wiederfinden, denke ich. Und ich kann auch die Map irgendwie nicht... Ah, Kava Map, gell? Wo bin ich? Gut, wir fahren jetzt hier hoch. Wir machen es nicht ein bisschen leer und fahren hier hoch jetzt da. Vielleicht finde ich ja noch was. Aber die Batterie... Oh, nein! Ich trau alles am Boden, Alter. Oh Gott. Shit! So, schauen wir mal, was da oben ist. Ich brauche nur ein Schraubenzieher. Nein, ist alles gut. Dann kriege ich auch den Rucksack. Hier könnte doch einer sein, oder? Überall könnte einer sein. Oh, ich brauche wieder Schotty-Money. Oh Gott. Total mies. Oder habe ich von hier die Werkbank geholt? Nein. Oh, geil, Batterie. Oh. Ne Angel. Die Schere. Ja, nehmen wir die Schere mit. Nehmen wir auch mit. Das nehmen wir nicht mit. Das muss das gut sein. Autobatterie nehme ich auch nicht mit. Mies. Mies. Okay, warte mal. Wo geht es jetzt weiter? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier unten ist noch ein Weg. Was ist denn los, Schwein? Ich höre dich doch. Rennst du weg, oder rennst du zu? Ja, renn weg. Okay. Lass uns mal gucken. Hoppala. Ja, gut. In die Richtung. Ey, wenn ich jetzt auch noch den Hund finde. Der wäre Skyrim. Aber da will ich auch noch hoch. Da will ich auch noch gucken. Ach, Munition. Geilo. Steilo. Messer. Nehmen wir halt mit. Aha, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nix drin. Open. Nehmen wir mit. Auch mit. Die Jeannosen brauchen wir jetzt nicht. Das nehmen wir noch mit. Wie geht es mir? Geht mir eigentlich eh noch richtig gut. Oh. Ich brauche den Bogen unbedingt. Den guten Bogen. Was haben wir hier? Eine Platine. Ja, das geht natürlich wieder nicht, weil ich so viel Rotze mit habe. So kann ich das jetzt da? Das weiß ich gar nicht. Das müssen wir mal testen. Lass uns kurz was trinken. Nein, essen. Nehmen wir das hier. Wie das Ganze mit der Angel funktioniert, habe ich nicht wirklich Ahnung. was soll ich machen? Bruder, ich muss das in die Hand nehmen, oder? Ey, was soll ich machen? Was soll ich machen? Tja, ich habe keinen Plan. Nix Neues. War ich denn das? Wir fahren jetzt auch ein bisschen rum. Ach, da ist ein Bär. Wir fahren aber ganz schnell rum. Wir könnten hier aufs Hoch schauen. Nein, von hier oben sind wir ja gekommen. Alles gut. Brauchen wir nicht schauen. Bin etwas orientierungslos oft, aber... Upsi, Upsi, was ist hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier in der Hütte? Da war ich heute schon, oder? Ich denke, da habe ich aufknummern, aber da fangen wir an so heftig zu ruckeln. Ne, doch nicht. Was ist los? Unbesiegbar, oder wie? Keine Ahnung, warum ich jetzt hochgelädter bin. Da war einfach kein Platz mehr im Inventar. Ach, warte, da... Oh, warte, da könnte was Gutes drin sein. Ich muss ein bisschen Platz machen. Ich habe leider nicht viel, was sich stackt, ne? Sieben, okay, ist gut. Davon habe ich schon acht. Was ist los? Was passiert hier? Super, das muss ich jetzt auch noch ändern. Ma, bitte, wird ein Lotto. Ich habe keine Lust jetzt. Das war ich so art oder dauernd anders, oder? Liegt das jetzt eh nicht weg? Muss ich das auch noch ändern? Nein, egal. Ich ändere das jetzt nicht. Keine Nerven, hier irgendwas zu ändern. Eine Machete. Da. Öffnet das, please. Jetzt habe ich es gedroppt. Super. Oh. Warte. Habe ich schon. Brauchen wir jetzt nicht. Kein Platz. Ja, gut, YouTube. Ich werde das jetzt da dann noch ändern müssen. Leider, vielleicht kann ich, wenn ich in die Richtung jetzt springe. Zack. Ja, siehst du. Ich kriege es hin. Eins, A-Game, hey. Hopp. Nein, jetzt steckt das Auto fest, oder? Nee. Mann, oh. Okay, YouTube. Ich sage euch, was wir machen in der nächsten Folge weiter. Das ist jetzt ein Krampf. Das ist ein Krampf. Tschüss. Jetzt fehlt eine Kiste. Die ist da hinten. Mann. Das ist unglaublich, das Spiel. Also, die Physik ist aber ein Sinn. Und total realistisch. Was mache ich denn? Oh, Gott. Das ist ein total realistisches Spiel. Ich weiß nicht, was sie für Probleme haben. So, ich mache das jetzt einfach ein bisschen irgendwie. Das wird schon richtig sein. Wissen Sie? Wissen Sie? Das ist eine Richtigkeit haben, da. Oh, auf. So, pass. Ja, genau. Warum eigentlich nicht? Oh, alles so sanft. Pass auf, fuhren wir ein bisschen zurück vielleicht. Man darf den Motor einfach nicht anlassen. So. Motor aus. Ich save kurz das Game. Das ist ja unglaublich. Jo, das gibt es ja nicht. So, schauen wir mal, ob ich jetzt mit denen auch losfahren kann. Ja, passt. Ich habe es mit. Ganz wichtig, wenn du parkst, merkt euch das Motor immer aus. Sonst hat man nur Probleme. Ehrlich. Nochmal ein Brechersen. Gut, YouTube, jetzt machen wir aber wirklich Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen unterhalten. Es ist ein bisschen chaotisch. War auch ein bisschen demotiviert, weil ich jetzt zwei Aufnahmen gemacht habe. Die waren nur im Ruckeln. Ich glaube, ich kann die nicht hochladen. Ich muss mir die erste einmal anschauen. Aber ich glaube, ich kann die nicht hochladen. Leider. Hauptsache, ich habe ein bisschen was verpasst, aber nicht schlieben. Gut. Ja, ich glaube, wenn der Motor an ist, ist kritisch. Passt, YouTube. Dann wird es das gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Macht es das gut. Hau da rein und immer brav sein. Tschau.